Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute ein kurzes Video zu einer interessanten Domain, die wir aktuell im Verkauf haben. Wobei es sind eigentlich drei Domains, wenn man die drei unterschiedlichen Endungen sieht, aber eigentlich ist es auch nur eine mit drei verschiedenen Endungen halt. Ja, und zwar diese interessante Domain aus meiner Sicht, das ist die Domain meinchatgpt.eu. Das gibt es dann auch noch mit der Endung at und mit der Endung com. Also meinchatgpt. und dann die Endung. Der interessierte Internetnutzer weiß natürlich, dass ChatGPT eine künstliche Intelligenz ist, mit der man Texte schreiben kann. Das heißt, man gibt einfach in einer Suchzeile bei dem entsprechenden App das ein, was der Bot schreiben soll, zum Beispiel einen Artikel über Marken oder andere Dinge. Man kann also alles mögliche fragen. Studenten schreiben mittlerweile ihre Hausarbeiten auch damit. Und die künstliche Intelligenz ist in der Lage, jede Art von Texte zu formulieren. Und man kann diese Intelligenz wohl auch einsetzen in der Aktion zwischen Unternehmen und Kunden, um Kundenanfragen zu bearbeiten. Hat so seine Herausforderung, denke ich, man weiß nie, ist das jetzt der Mensch, der einem antwortet, oder aber die Maschine. Aber um Texte zu schreiben, ist es eine sehr, sehr einfache Sache. Und wie gesagt, wir haben die Domänen meinchatgpt.eu, .at und .com. Und ich denke, damit kann man doch eine ganze Menge anfangen, wenn man sich für das Thema interessiert. Das soll es auch schon gewesen sein. Das war nur eine kurze Info. Verpasst nicht die Domänen, bevor sie ein anderer hat. Und ich halte euch über interessante Domäns hier natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche einen schönen Tag, bis die Tage und sag Servus.